Hey, du hast am dritten Setten noch nichts vor? Dann aufgepasst und werd ganz ohr. Lange Pause, nichts war los. Drum ist die Freude sehr, sehr groß. Mit Motivation und Spaß geht's ab wie Spitzkapp. Wir sehen uns dann in Montabaur am Konrad-Adenauer-Platz. Von Jazz. Bis Klassik für groß und klein. Da ist für jeden was dabei. Die Bühne, die ist open air. Das hat so einen besonderen Flair. Ab elf Uhr morgens geht es los. Leute, das wird echt famos. Das Konzert geht jedoch den ganzen Tag. Jeder komme, wann er mag. Der Eintritt ist frei, es gibt nichts zu bedenken. Ihr könnt uns schon mit eurer Anwesenheit beschenken. Wir freuen uns mit euch den Tag zu verbringen. Dann können wir alle tanzen und singen. Und falls ihr nicht genug von uns kriegen könnt, wir sehen uns an den Stufenkonzerten der MSS 11 und 12 am 18. und 20.07. Und bis dahin, bye guys! Tschüss! 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 gosp 아닌 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.